Der erste Mann im Starte, der hat sich gerade verdrückt Für dreckige Geschäfte war der zu ungeschickt Selbst als Ganobe noch zu klein sitzt er jetzt in seinem eigenen Heim Ein lachres Gesicht, er wünschte sich das nicht Menschenwürde hat man oder hat man nicht Lebenslänglich ehren sollt, ist die Gesetzespflicht Und das Gesetz könnt ihr und mir ganz ohne Arbeit Nur Hartz IV ein lachres Gesicht, wer wünschte sich das nicht Vaterland nun freu dich, endlich bist du los Zwar nicht lieb, doch teuer zum Präsident Die Merkel öffentlich heute flennt Ein lachres Gesicht, wer wünschte sich das nicht Seinen Zapfen streicheln lässt er sich mit Lust Ohne sich zu schämen mit stolz geschwellter Brust Ich bin damit, ihr's alle wisst Auch erster Exhibitionist Ein lachres Gesicht, wer wünschte sich das nicht Ein lachres Gesicht Alles in der Tat Keiner hat das als gefährliche Waffe beschlagnahmt, die Vuvusela Hat das als gefährliche Waffe geschlagnahmt, die Vuvusela Also ich bin sprachlos. Das ist unterdrückter. Dieses ist beschlagnahmt als gefährliche Waffe. Wann kannst du die auch abholen morgen oder was? Naja, vielleicht kommt kein... Aber klären Sie bestimmt zurück. Vielleicht gibt es auch ein Gerichtsverfahren, wer weiß das. Das ist ein Gerichtsverfahren.